Hallo ihr lieben Menschen da draußen, ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, dass ich nicht alleine bin. Und zwar ist die Annalena dabei. Hallo! Und wir machen heute die Huba-Buba-Challenge nur mit Chupa-Chups, weil wir keine Huba-Buba gehunden haben. Und ja, fangen wir mal an. Zur Erklärung. Also, jeder von uns nimmt jetzt ein Kaugummi in den Mund, da muss man eine Blase machen. Und die Person, die als erstes nicht mehr hinbekommt, eine Blase zu machen, hat verloren. Ja. Und eine Bestrafung gibt's nicht, oder? Überlegen wir uns noch. Okay, gut. Wer fängt an? Ich fang an. Ja. Ich fang an mit den Broten. Viel Spaß. Eins. Das ist echt hart. Ja. Ich muss nur eine Blase machen oder erst am Schluss. Ich muss erst mal kauen. Okay. Ihhh, was ist das? Ist das ein Grau, ne? Ihhh. Ja. Hm. Ihhh. Naja, egal. Der riecht richtig widerlich. Echt? Noch was? Zitronen oder so. Cola-Lemon-Flavor. Du kannst schon ruhig reinmachen. Okay. Der dauert ewig bis. Was ist das für eine Blase? Keine Ahnung. Na, einfach noch eine. Das war ne blaue. Ja. Mein Kopf ist dick. Ich warte noch, bis du eine Blase machen kannst. Du hast dich angesprochen. Ich meine, ich riecht nicht. Okay. Boah, das riecht ja voll ekelhaft. Siehst du? Das ist... Cola-Lemon-Flavor. Hm. Hast du jetzt eine Blase gemacht? Ja. Okay. Ich hab jetzt schon zwei. Mein Trotter. Jetzt ja. Das ist auch schon wegen der Zahnspange. Drei. So. Jetzt. Das wird langsam richtig widerlich. Richtig schwer zu kauen. Ja. Führer. Richtig ekelhaft. Richtig widerlich. Das ist schon wie ne Bestrafung. Schlimmer. So ne Blase. Ja. Jetzt haben wir beide fünf. Hm. Das ist üblich. Ja. Hm. mhm uff äh mhm so ekelhaft wir haben erst 8 und wir haben noch genug mhm und auch noch schreien ich kann es gar nicht ich auch mhm seht ihr euch das an gerade nur noch kalt mhm alter ich schwör meinen Mund uff 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 Hahaha Ich habe zu viel Zeit Hahaha Ich habe schon gesunde Zähne. Warum klebt der paugumierend Papier? Na, paugumierend. Boah. Es tut mir wirklich nicht so. Der süße Tit schon richtig in den Koppel. Ja, ich krieg schon Gänsehaut hier. Kommt auf. Kommt mal. Ich krieg von Gänsehaut. Das ist nur Nummer 11. Au. Das ist keine schöne Challenge. Nein. Nicht nachmachen. Ich habe jetzt jeder verstanden. Nicht nachmachen. Ich habe eine Pfade in den Koppel. Ich krieg dich ekelhaft. Ich krieg dich ekelhaft. Ich krieg dich an. Ich krieg dich nicht schwer. Ja, bei mir ist es geäldet. Ich lebe auf! Ich lebe auf! Ich bin erst beim 11. Also du musst danach noch einen machen und dann eine Blase. Kann sein, dass du noch gewinnst. Egal, ich würde trotzdem... So, wie egelhaft! Iiiiih! Mh! Mh! So egelhaft! Ich will nicht verlieren. Scheiße! Es kostet kalt! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Es kann gar nicht mehr mit durchfloschenem Mund kommen. Echt schrecklich! Macht es nicht nach! Vor allem nicht mit Zahnspern. Vor allem nicht mit Zahnschmerzen. Nur dir zuliebe! Nur dir zuliebe! Nur dir zuliebe! Nur allen! Und auch noch nichts! Und auch noch nichts! Ich weiß es zu schätzen! Auch wenn sie den Fuß dort finden wollen! Ich weiß es zu schätzen! vor allem nicht mit dem hervorragenden nach! Das war bis draußen genug. Gut! Aua! Geräusche! Yay! Ich will jetzt eine Blase machen. Super Blase! Das war die Super Blase! Ich lass das schon nicht sehen. Kostig! Kostig! Jetzt mach es endlich bereit. Ich brauche es. Wenn es weiß ist, ist es okay. Nö! Ah, das zählt! Komm! Hast du es bald? Hast du es bald? Hm? Wenn euch die Challenge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben werdet. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß! Einen schönen Tag! Bis zum nächsten Mal! Und macht es nicht nach! Genau! Tschüssi! Ich komm auf! Und wir kommen auf! Und wir gucken auf!